Herausfordernd. Abwechslungsreich. Gemeinschaftlich. Interessant. Spannend. Ich bin der Film und ich mache eine Ausbildung zum Feinwerk in Scharnika. Mein Name ist Stefan und ich mache meine Lehre als Elektroniker bei der Firma Braun. Wir als Elektroniker bringen die Anlagen zum Laufen und auch in denen das Leben ein. Am interessantesten in meiner Ausbildung finde ich das Montieren von Baugruppen. Ich finde das Verhältnis zwischen den Kollegen sehr beeindruckend. Ich verstehe mich mit jedem gut und lerne vieles. Am coolsten an der Firma Braun finde ich, dass wir ein kleines eingespieltes Team sind und jeder mit jedem gut kann. Also man wird als Azubi hier sehr gut betreut. Man wird unterstützt und es werden auch einen immer Tipps gegeben. Das coolste Erlebnis hier bei Braun war, ich durfte schon öfters mit auf Montage, auch schon zweimal mit ins Ausland. Es ist auch immer sehr abwechslungsreich. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Mein Ziel ist, die Ausbildung erstmal fertig zu machen. Dann bin ich Feinwerkmechaniker und danach möchte ich eventuell Techniker oder Meister machen. Wenn man eine Ausbildung hier machen möchte, muss man offen und lernbereit sein. Und aufgeschaltet sein für verschiedene Aufgaben.